Jo hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video habe ich wieder eine sensationelle Skywars Challenge dabei. Und heute das Ganze nicht alleine, sondern erstmal hier. Hi AnyArt, willkommen auch hier zur Challenge. Sensationell. Also Leute, schreibt auf jeden Fall schon mal Hashtag Brüder in die Kommentare. Wir kommen gleich zur Challenge, ich werde gleich alles in Einzelheiten erklären. Und wäre mega, mega cool, wenn ihr alle mal ein Like da lasst. Dann knacken wir natürlich die 300 Likes, Leute. Wäre richtig cool. Jetzt zur Challenge. Und zwar, wir haben uns die Brüder Challenge überlegt. Weil die einfach sehr, sehr gut für zwei Leute geeignet ist. Denn wir müssen versuchen in Skywars immer nur dasselbe Equipment zu haben. Also, weiß ich nicht, gleiches Schwert, gleiche Rüstung. Also wirklich alles komplett gleich. So wie zwei Brüder eben. Ist auf jeden Fall mega cool. Ich denke mal, dass wir das schaffen können. Das Ziel natürlich der ganzen Challenge ist, eine ganze Runde so zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Also, let's go! So, da sind wir auch schon direkt in einer Runde. Ich spiele hier mit dem Tank-Kit. Du hast, soweit ich weiß, das Zauberer-Kit, so wie ich hier gerade schon beworfen werde. Ey, ich habe jetzt schon sieben Level. Ja, damit du ein Level hast. Und dann, guck mal, ich mache jetzt schon für uns zwei Schwerter. Und dann sind wir schon stacked, weißt du? Dann sind wir schon echt geil stacked. Und ich muss mir irgendwie Rüstung machen. Ja, ich habe, pass auf. Oh, ich habe was für dich. Ich habe einen Eisenbrust-Panzerschutz 2. Aber ich habe halt Haltbarkeit drauf. Sollen wir das so machen, dass wir trotzdem... Das ist doch egal. Das ist doch egal, die Verzauberung. Ich kann nimm mal den hier. Äh, Eisenhelm habe ich auch noch hier. Kannst du auch nochmal nehmen? Hier ist dein Schwert. Und dann mach hier mal Verzauberung irgendwie. Danke, danke, danke schön. Vielen, vielen Dank. Aber dein ist doof, so. Dann mach ich mal Rückschuss hier drauf. Zack, Alter, geil. Guck mal, dann ziehe ich mir mal aber hier Hose und sowas aus. Weil sonst ist das halt... Ja, hm, haben wir irgendwo noch eine Kiste? Ich habe Schuhe. Ich habe Schuhe. Eisen? Ja. Geil. Ja, das ist doch geil. Ähm, die da kommen rüber zu uns. Okay, sollen wir dann... Aber guck mal, der hat schon fast für dir... Hast du eine Goldhose zufällig dabei oder so? Habe ich, ja, habe ich, habe ich. Okay, Goldhose anziehen. Anziehen, let's go. Okay, nice. Das können sogar direkt was werden. Ich glaube... Ja, wir müssen mal nach oben stacken. Glaube ich ein bisschen, oder? Ja, ja, komm, lass mal nach oben. Äh, einer ist auf dem Baum aufpassen. Oh Gott. Äh, der macht mega... Komm runter, komm runter, komm runter. Er hat sowas von viel Schaden gemacht. Wenn er kommt, dann hau ich ihn runter. Der chillt da oben noch sein Leben. Team 6, euer Ernst. Sind wir Team 6? Nee, sind wir Team 5. Komm doch, wenn du dich traust, ey. Oh. Ja, okay. Oh ja. Okay, super. Oh, ey. Alter, das war so knapp. Ich habe drei Herzen gehabt, ey. Oh. Oh, ja. Hinter dir. Oder? Hab ihn. Nice. Oh, geil. Alter. Lockback, Lockback. Das Lockback hat uns gerade den Arsch gerettet. Aber sowas von. Warte, ich warte mal die Dias hier kurz. Dann können wir nochmal überall Dias-Farmen gehen. Dann können wir uns nochmal Dias-Dorf machen. Ich baue hier schon mal so eine kleine Brücke, damit wir hier gleich rüber können. Ja, natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ich kann hier gleich mal, äh, vielleicht. Ah, die haben die das abgebaut, ne? Ja, ja. Aber die haben wir vergessen, ja. Die Nubs, ey. Die Nubs, ey. So, ich kann uns zwei Schuhe machen. Dann machen wir uns zwei Dias-Schuhe schon mal, okay? Ja, das, das, das klingt gut. Ja. Können wir verzaubern? Weil ich habe noch vier Level. Ja, ja. Kann ich hier so. Lass das auch mal machen hier. Zack, Schutz, jawohl. Äh, so. Das ist doch gut. Ähm, dann da vorne ist einer mit, der heißt Platz. Der hat Dias-Schuhe und Dias-Harnisch. Ich hatte Interesse da dran. Weil. Ja, Dias-Harnisch auf jeden Fall. Ja, wenn wir zwei haben. Ja, genau. Das wäre halt optimal. Ich habe aber gerade noch nicht einen einzigen Dias. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas? Äh, ich habe keinen Dias. Ja, aber wenn wir irgendwie nebenan mal gucken so und da ist noch Dias, die noch abbaubar sind, dann machst du ganz weiß. Ich bin oben. Der Typ ist da auch auf dem Baum. Okay, der baut sich rüber. Auf dem Baum, oder wie? Ja, ja, warte. Hier. Okay, super. Äh, wir machen hier kurz eine Fläche. Sorry. Okay. Ja, ja. Es ist halt eben so, ne? Knockback ist halt eben, musst du halt eben so jetzt spielen, dass du eine Fläche machst. Äh, lass es mal hier so verstecken. Pass auf, hast du eine Workbench? Dann können wir eine Angel mal eben machen. Oder ich mach mal eben eine. Ähm, aufpassen, aufpassen, der ist über uns. Du musst auch ein bisschen... Ja, ja, kannst du kurz aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay, 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 okay. Ich bin unten, ich bin unten, leider. Also ich bin... Ja, ich hab ihn aber... Warte. Okay. Er ist unten bei dir, er ist unten bei dir. Komm runter. Ach, jawohl. Ein Herz. Er hat anscheinend so viel Knockback bekommen. Okay, der hatte einen ganz normalen Dier, Hannisch. Bedeutet, ähm, wir können ihn dann gleich eventuell nutzen, wenn wir halt ein paar Diers hier abfarmen noch. Haben wir hier irgendwo Diers? Ja, rüber gehen. Ja, rüber gehen. Also da auf der Base waren Diers, da wo wir hergekommen sind. Okay, dann lass da hin. Genau. Und es ist auch ein Weg, vielleicht können wir das ausnutzen. Ich hab mal eben was gegessen. Ich muss ja meinen, meinen Hunger auch befriedigen. Boah, Alter, das war, das war richtig knapp jetzt, ne? Das war richtig knapp. Es war aber auch echt knapp. Vor allem, ich hab den so irgendwie so einmal geschlagen und der ist direkt runtergeflogen wegen dem Knockback. Also die Knockback-Ferder sind gut. Ich hab den vorher, glaube ich, ein-, zweimal gegeben oder so. Ich hab den, glaube ich, einen Hit gegeben. Vielleicht war der auch schon angeknackst. Schaust du mal in die Mitte, dass da keiner rüberwirft? Ja, ja, alles gut gerade. Okay, na. Ja, die haben ja meistens immer so ein paar mehr Eier, ne? Weißt du, wir haben hier gerade noch unsere zwei, aber die in der Mitte haben wir mal ganz viele. Ey, aber leben noch fünf, also noch drei ohne uns. Vielleicht ein Team und ein Einzelner wahrscheinlich. Aber guck mal, Alter, wie viele Dias hier sind, ne? Dann mach du dir mal irgendwie Diahannisch oder so. Ich loo' mal hier die Kiste. Aber hier ist auch nichts Prachtvolles drin. Ähm, ich mach aber noch mal hier ganz kurz meine Angel. Hab acht. Denn mit Angel kann ich ganz viel machen. Du, da kannst du runterwerfen, die Gegner. Eben, das ist ganz geil. Du, äh, Diahannisch hab ich angezogen. Kannst du auch machen. So? Ja? Oh, geil. Guck mal, acht Rüstungspunkte. Wenn wir das wirklich in der ersten Runde jetzt schaffen. Das wär nice, ne? Dann wirklich alle mal einmal auf den Like-Button klicken. Wär richtig cool, Leute. Ohne Witz. Aber ich bin ja auch Skywars Pro, müsst ihr ja alle wissen. Ja, natürlich. Kein Wunder, dass wir hier das erste Mal direkt gewinnen. Ah, ja, ja, ja. Okay, gut. Äh, jetzt wollen wir noch Helm, ne? Ich bau mich grad rüber. Ja, da vorne sind aber keine mehr. Die haben irgendjemand schon abgebaut. Da war irgendjemand schneller als wir. Ähm, was machen die da oben? Deren Ernst? Das ist bestimmt Team 6. Oh nein. Oh nee, komm. Wir haben das letzte Team. Wir haben noch einer lebt und noch einer lebt und noch einer lebt. Alles super. Wir können es schaffen. Da oben ist, glaub ich, keiner mehr. Okay, warte, ich stoppe mich mal hier runter. Guck mal, komm auch mal rein. Ich mach mit. Komm, wir machen jetzt Trick Nummer 17. Du kommst hier unten rein. Einer Sneak. Ich Sneak. Nee, du wirst es da stehen. Ach so. Du nimmst auf. Du wirst da stehen. Ich Sneak hier. Wird da denken, dass keiner mehr hier ist, weißt du? Hi, Bube. Hier, du gelber Pikachu-Man. Komm mal her zu mir. Ich tue dir auch nichts. Ich schlag dich eventuell nur ganz kurz runter, aber ist auch nicht so schlimm. Du wirst es vielleicht jetzt sogar überleben, wenn du ein Ender-Pferd hast. Er baut dich auf einen Baum hoch. Interessant. Du musst aber... Ich bleib hier unten. Genau, geh mal hinter das Ding am besten, weil so gleich könnte er dich sehen. Naja, er ist auf dem Baum. Der möchte uns töten. Biga. Im Clan Biga. Oh nein, wir haben Angst. Er ist Full-Dia, ne? Ey, der hat gutes Equipment. Ja, ey, wir haben aber zwei. Wir sind zu zweit. Ey, so. Komm, ich will den runterrodden oder so da oben, aber ich glaube, so weit reicht die Angel dann doch nicht. Da müsste ich irgendwas ganz langes ausfahren. Ihr wisst ja, wovon ich rede, Leute. Ähm... Ich weiß nicht. Ich könnte mich halt ein bisschen hochstaggerieren und ihn dann eventuell erwischen gleich. Ja, ja. Man muss aufpassen. Nicht, dass du einen Knockback bekommst jetzt gleich. Pass auf. Der... Ach, guck mal. Fast erwischt. Der ist schon runter, oder? Bleib mal einfach. Ja, er kommt jetzt nämlich. Ne, geh runter, geh unter, weil ich müsste ja fein mit dir. Ja, ja, alles gut. Ich bin fast full. Der hat mega einen Knockback eigentlich. Also, der hat gar keinen Knockback bekommen. Jetzt, da. Ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Okay. Oh Gott. Komm her. Yes. Ja. Als ob wir die Runde gewonnen haben. Das gibt's nicht. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, da wird's euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut bei Enyan vorbei und gebt ihm ein Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Und ciao.